Boah, wisst ihr was das Schlimme ist? Da bin ich wieder. Wisst ihr was das Schlimme dabei ist? Diese scheiß Kerze, meine ganze Bude riecht danach, obwohl ich die nicht anhatte. Es ist fürchterlich. Boah, da kommst du in den Raum rein und es riecht immer noch so. Und ich hatte sie nur ganz kurz offen. Hört mal ab, wenn du dich anhast. Über 3 Stunden. Okay. Ja, wechsel mal einer hier mal. Wer mit wem spielen will. Ja, Moment, ich muss ja ein Hunder gerade mal hier einschütten. Warte mal. So, warte mal. Hier. Kann ich das schon mal? Prost. So. Bereits zum Spielen. So, Prost. Apfelscholle. Boah. Sieht ein Dreck gesoffen aus, die Apfelscholle. Warte, Schwede. Alter Schwede. So. Trucker. Von wegen, wo ist so ein Leiter mit Truck. Bitte was? Ja, ja, jetzt. Jetzt habe ich komischerweise in Stellen. Immer der mit dem Spoiler. Ist ja schneller. aber ich weiß nicht warum. Äh, warte mal. Ich glaube, ich bleibe mal auf der Straße. Da fahren sie. Hallo. Na? Wo soll's denn hingehen? Hi. Weg. Weit weg. Weit weg. Ich komme mir grad vor wie bei, wie bei, äh, bei Rocket League. Mir fehlt nur noch der... Boah. Oh. Mir fehlt nur noch irgendwie die Markierung auf den jeweiligen Spieler. Wo ist er denn? Ich habe ihn aus den Augen verloren. Ja, du warst bei dir. Boah. Paller ist du ein Schwein. Meerschweinchen, ja. Hm. Nein. Ja. Rückwärtsgang rein. Oh. Ja. 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 So. Nochmal drüber fahren. So. Wo ist denn der Jerome? Jerome. Oh, ich habe auch einen Strauch mitgenommen. Jerome. Jerome. ich fange an zu dampfen. Ach, nicht schon wieder im Raum. Jawoll. Tschü, tschü, tschü. Tsch, 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 tsch. Wo ist er denn? Ach, mein Truck war ein bisschen schmutzig. wenn er nur rauskommen würde willst du irgendwo hinlaufen? Boah ist du alter hat er ein Schwein was ich mache mit dem kumpel echt ja an dem wochenende jetzt gerade live stream auf Facebook oh man ich komme nicht oh nein ja das hast du gewonnen da kommen wir nicht ich komme nicht weg da kann es ein Ziel laufen ich komme nicht weg das kann ich das kann ich vergessen ich muss mal in kumpel warte muss denn Alex Alex das live? ne war live vor einer das war live ja ach mit dem Renzlik hm Lauf Kasper Lauf egal ich hasst du was gewinner was gewinner und ich musste wo du in den See warst da bin ich auch in den See ertrungen dann muss ich wirklich komplett von hinten anfangen ok hätt ich jetzt mal gar nicht mit gerechnet hätt ich ja mal gar nicht mit gerechnet ich habe jetzt gedacht komm da ist doch äh dann ist eh gelaufen der rennt jetzt ins Ziel und fertig ne aber scheiße von wiegen obwohl und so da steht wo du nicht mal zur Seite weg oh Gott was habe ich denn hier für Klamotten an ey komm ich aus dem Fetischladen gut oh Gott allein mit der Lachen muss sie auf den Boden anfangen n ich hätte nur bei ihr hier 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 was ja ja gibt es auch anscheinend geht das ja geht es ist mir vater ich bin ja an der strecke weg traktak traktak traktat tricktrigger eine Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Diese Mucke dabei Und das ist ein Anzug, den ich trage, oh Gott, das ist fürchterlich Wieso jagen nämlich beide alle mich? Was ist denn da los? Lasst mich in Ruhe Oh nein Ich glaube, der hat sein Fahrrad abgesoffen Echt? Okay Alter, boah, war das knapp. Oh, 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 oh. Tschüss. Oh nein, das ist so mies. Oh Gott, nein, das ist mit der Brücke ist voll assi. Weil du kannst hier nirgendwo hin. Das ist so bescheuert. Alter, das ist so asozial. Nein, geh weg, lass mich. Fuck, 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 steh auf. Nein, 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 nein. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Oh NEIN! Mann ey! Aber mit der Brücke ist gemein, weil du da nirgends so hinkannst, ey. Das ist so... Oh Gott, das ist so mies. Ah, verdammt. Alter Pfaff, Alter. Komm! Ja, ich komm nicht ins Ziel, das ist viel zu weit weg. Ja, aber wieso, 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 wieso Sven? Jerome, du spielst doch mit Palle. Los Palle! Pille, Palle! Im Bus. Wie er sich im Bus versteckt? Loll! Gott, ist das dämlich. Voll ich halt blaue Haare! Juhu! Blaue Haare, blaue Baare? Ja. Hallo, kommst du aus dem Gebietsüberschreitung wieder raus? Hör, bis jetzt. Ja, Gebietsüberschreitung, äh... Ach so. Ich kam da nicht mal raus. Und wo ich den Weg zurückgelaufen bin, also... Sehr merkwürdig. Ja, da musst du ja schnell sind. Egal, das gibt keine... Naja. Da... 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 Und dann? Und dann? Dann geht's auf... Auf nach Bordprober. Aha. Da... 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 Ja, muss man noch machen, ne? Da... Ich kann ja so hupen. Wenn sie uns hupen hören, ist mal gut. Bleib du mal auf der Straße. Ja, und viel was spüre. Oh man, dieses dämliche Kackschild. Das ist doch unfassbar. Wieso kann ein LKW dieses Kackschild nicht umfahren? Du willst mir doch nicht erzählen, dass das aus... aus... Keine Ahnung ist. Das ist doch fürchterlich. Weißt du, so ein tonnenschwerer LKW kann so ein pisseliges Schild nicht umfahren. So dumm. Tja. Naturgewalt. Ja. Boah, das wär geil. GTA 6 mit Naturgewalt. Überleg mal. Boah, geil. Mit... Mit Hurricane und sowas. Alter. Huch. Huiiii. Und mit Jahreszeiten. Das wär noch geil. Das würd ich mir wünschen. Boah. So Sommer, Herbst, Winter und so. Boah, geil. Frühling. Also die Blätter dann anfangen zu fallen und es rutschig wird auf die Straße nochmal. Oh, 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 ich glaub das war ein Fehler. Tja, das war definitiv ein Fehler. Nein. Heiße. Gebietsüberschreitung, Herr Kollege. Dein Fahrrad nehme ich noch mit. So. Komm ich hier durch oder ertrink ich hier? Okay. Na, ich ertrink ich nicht. Wie komm ich jetzt so hoch? Krass. 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 Komm! Komm komm! Wart auf! Oh, was für ein Schweineherd! Alter, man wird doch vom LKW überrollt, da ist man doch sofort tot! Ok, nein! der überlebt das ein paar ist kalt das ist auch in der tröbe du dddddd na tut Lkw auf Seite Lkw müde ich glaub ich komm mal zur Hilfe Daneben Du musst so oder so zur Straße Du musst so oder so zur Straße, weil du den Checkpoint auf der Straße treffen musst Also ist mir das egal, ich kann von mir warten, ich hab die Zeit Du nicht Wahrscheinlich nicht Wie viel Kilometer aus dem Ort? Frag doch mal ein Sascha, ob du mitfassst Ja! Mach ihn alle! Er überlebt das schon wieder, das ist doch unglaublich! Oh Mann, ich... 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 Ich komm... Ich... 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 Nein! Das hat doch mit dem Level nix mehr zu tun! Sag doch, der Schintuch! Ja! Du hast an, hast du! An, hast du! Ganz doll! Das ist doch nicht wahr! Du willst mir doch nicht erzählen, dass das normal ist! Du hast doch... An hast du doch! Jaaaaaaah! Jawoll! Genauso nicht anders, würde ich sagen! Der hat doch... Du hast den erwischt oder ich? Du hast den, glaub ich erwischt! Du hast den, glaub ich erwischt! Ne, ich glaub du hast den erwischt, weil ich gegen den Baum gefahren bin! Oh, beziehungsweise... Ich bin vorbei gefahren! Naja, doch jetzt dann grade du hast den platt gemacht! Rhin! Rhin! kann ruhig wie sie alle darauf klicken klick 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 ich habe noch gar nichts gewählt ich kann doch gar nicht dazu ist okay man hört den jerome gar nicht so jetzt aber janet max auch in die partie kommen man hört jerome gar nicht richtig nehmann hat jerome gar nicht wahrscheinlich hat doch doch jetzt doch nicht und also so ja willkommen zur folge 300 lps seit vier uhr sind wir am stream no man's guy mal geschah das nation aber durchgespielt und jetzt gta und das kommt nachher auch noch das motorrad kostet 2,2 millionen kluge ja kann ich mir nicht leisten ich meine 400.000 der anzugs war gelten ich habe einen anzug in pink das sieht aus wie tron gleich weg okay nicht anzug mal gucken wie das funktioniert die mucke was für eine mucke ich glaube ich fliege ich habe hier mucke ich glaube ich fliege aus ich habe eingefriestes bild ich auch ich glaube ich bin ich auch alles tolle ja schön dass du muckers ich habe hier grillen gezirpel und ein wenig wind im hintergrund eine leichte brise umschweift mein bloßen körper ich weiß nicht was ich an dieser tankstelle soll ich weiß doch ich habe ein helm auf und einen pinken schwarzen neoprenanzug ich fühle mich wohler als ich sollte wahrscheinlich werde ich gleich auf die herren toilette gehen und und ein bisschen wasser lassen und im hintergrund ich glaube das wird immer marke von gta bleiben die ladezeit und alles das ist auch keine ladezeit die wissen die frauen das bild ja ich auch das kann das geile ist der filter ändert sich immer von dem bild mal ist es gelb und dann ist wieder ein bisschen blass dann ist und ständig alleine in der prärie um mich herum nichts außer vieler weiteren männer da war es das nicht nur die jahre für uns sascha mit deadline ein kreis ja keine ahnung toll das ist ja super da wollten wir uns schon mal und dann ja da wollten wir schon mal uns gegenseitig befummeln und dann passiert das und dann dass wir stehen wir viele männer stehen uns alle gegenüber in haut eng die oprien anzügen mit motorradhelm auf tja und handschuhen angucken uns an und dann dass der einladen vogel zwitschern der antraten motorrad ihr euch genau und der einig fliegt eine prise durch die ohren und der eine hat mucker und dieser mitte also unten kojota heult grad bei mir ganz leise mit der grund wahrscheinlich werde ich von dem grad wahrscheinlich werde ich von dem gleich aufgefressen oder so ja ja freunde also wenn ich mit diesem bildschirm jetzt palle ist schuld schreibt zipfleinchen wenn ich wenn ich mit diesem bild jetzt gleich 100 zuschauer kriegt dann falle ich aus vom stuhl ja das wird dann reingeschnitten beim best of ende dieses jahr ende 2017 ich schreibe direkt auf ja ich habe sowieso die folgen weil die folgen werden definitiv also die folgen werden definitiv kommen also auch ich glaube komplett auch also die folge 300 wird definitiv auf youtube kommen als als highlight komplett da über sich das mal angucken kann zwölf stunden ist ja machbar 24 das jahr echt schon ein bisschen existieren sie habe ich ja gemacht habe ich ja zusammengeschnitten dafür glaube ich ein paar sachen aber also einigermaßen habe ich das zusammengeschnitten gekriegt das ist eine gute idee ich glaube wir gehen alle noch mal auf toilette und dann reiten wir los das werden wir das werden wahrscheinlich bei red dead redemption mal sagen oh ja oh ja da freue ich mich dies ja auch schon drauf auf red dead redemption jeden fall es wird geil wenn wir alle durch die präerie reiten im online modus wenn wir alle gegeneinander reiten wettkampf wettkampf reiten wird es bestimmt dann geben diesmal das gab es damals nämlich eigentlich mal sowas wird es bestimmt geben wo du so so deine pferde wahrscheinlich vielleicht leveln kannst das könnte ich mir gut vorstellen dass sie das jetzt einfügen dass du wirklich so so die pferde züchten kann es vielleicht sogar und dass du so dann irgendwie keine ahnung so wie gesagt wettkämpfe teilnehmen kannst die zeit echt wegen zu langer untätigkeit aus der sitzung geworfen kommst du jetzt weiter geht es geht es weiter ich bin jetzt oder und geht ja online gleich ich bin immer noch im fließbildschirm ja freund das ist natürlich doof für denjenigen der streamt aber egal aber das ist das kann ich mir gut vorstellen dass das war die dämpchen vielleicht sogar ich denke mal das wird so ein online modus bloß im nöden messen wie gta ja ja sicher halt nur halt mit diesen wie gesagt dieses pferde rennen das könnte ich mir gut vorstellen dass sowas kommt man ist natürlich wo wann spielt das zeitlich vermute mal nach dem nach dem ersten teil denke ich mal oder vielleicht so denke ich nur hoch eins von beiden wird es wird definitiv geben ja freunde dann werde ich mal eben ganz schnell neu starten gta neu starten und dann würde ich sagen sehen wir uns gleich wieder hier in der lbls bleibt dran ist bleibt spannend mit den jungs bis gleich ich kann ja schon mal deadline starten oder ja ja ich auch ich auch